So, Vater, jetzt haben wir mal richtig. Ja, ich habe schon bessere Jahre, gell? Ja, das ist der, der auch mal mitdreht. Ne? Ich versuche nicht mehr zu richten. Weil, Leute, ich fahre ein Stück nach vorne. Ich fahre jetzt abwarten. Ich fahre jetzt abwarten. Hallo? Das war ein Kaufenlügen. Hallo, ja, gut. Raus machen. Ja, gut, jetzt haben wir. Und... Boah! Da nehmen, da nehmen. Boah, jetzt geht das vorher nicht. Da warst du vorhin gar nicht in der Arbeit. Du machst ja schon mal vorhanden hier, ne? Machst du das mehr? Ja, jetzt geht's gut. Jetzt geht noch weiter. Hey, die, die, was stimmt mit dir nicht? Ja, gut, jetzt. Ich zähle nicht, ich ziehe da oben. Oh, mach's hier mal. Ja, zu dir. Nicht mitn Körbervors... Wenn du mitn Körbervorschweißen, dann stuttier... 20 Zentimeter und dann schlug die Drehung wieder nicht. Aus der Schulter. Aus der Schulter, nicht mit dem Körbarn nach vorne. Ich weiß nicht, da oben. Ich zähle nicht. Gott, nicht. Ich bremse mehr, werfen es hier. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ich will da gar nicht mehr antreten gehen. Kannst du nicht sagen? Ich kann noch abnehmen. Einiges, einiges. Die gibt es aber nur in der Bergland. Ich werde noch nicht mit der Oberfläche verwenden. Einiges, einiges. Hahahaha